Das klingt nicht nach Demokratie. Ist es auch nicht. Das ist Highschool. Darf ich sie anfassen? Na gut. Wir brauchen einander. Ich liebe dich. Ich würde dich nie betrügen. Hey! Warum soll ich dir das glauben? Anja hat's mir erzählt. Sie ist schwanger. Wer ist das? Es war ein Fehler. Wie es aussieht, bin ich nicht der Mensch, der glücklich sein soll. Digressy. Die internationale Erfolgsserie mit neuen Folgen. Montag bis Donnerstag um 22.25 Uhr bei Nick Knight.